Wie du die Internet-Sperre im eigenen Heimnetz umgehen kannst, das erfährst du in diesem Video. In den meisten Fällen existiert auf deinem Router eine Sperrliste. Dort ist die MAC-Adresse und die IP-Adresse deines Computers eingetragen. Das Gute ist, du kannst die Adressen deines Computers ändern. Dadurch wirst du nicht mehr durch die Blacklist geblockt. Manchmal gibt es auch das Gegenteil, eine Whitelist. In dem Fall haben nur die Geräte auf der Liste einen Internetzugriff. Ich zeige dir jetzt Lösungen für beide Fälle. Um eine Blacklist zu umgehen, öffne den Netzwerkstatus über die Windows-Suche. Wähle Adapteroption ändern. Wenn du mit dem WLAN verbunden bist, wähle jetzt den WLAN-Adapter. Oder wenn du mit deinem LAN-Kabel verbunden bist, dann wähle den Ethernet-Adapter. Welcher der richtige ist, erkennst du auch daran, dass der Netzwerkname von deiner Verbindung dabei steht. Mache dann einen Rechtsklick auf diesen Adapter und wähle Status. Gehe dann auf Details. Was wir jetzt brauchen, ist die physische Adresse, welche auch MAC-Adresse genannt wird. Möglicherweise brauchst du später noch die IPv4-Adresse, die IPv4-Subnetzmaske und den IPv4-Standard-Gateway. Merke dir diese Adressen für einen kleinen Moment oder mach einfach einen Screenshot davon. Als erstes werden wir die MAC-Adresse ändern. Das funktioniert in 90% der Fälle. Schließe dazu das Fenster und öffne die Eigenschaften. Klicke auf Konfigurieren. Suche dann bei Erweitert nach Network-Adress oder Lokal verwaltete Adresse. Die Bezeichnung unterscheidet sich manchmal leicht. Dann trage hier deine physische Adresse ohne Bindestriche ein. Ersetze dann eine Zahl in der Adresse durch eine andere und drücke auf OK. Manchmal muss der Adapter neu gestartet werden, um die Einstellung zu aktualisieren. Klicke dazu auf Deaktivieren und aktiviere diesen danach wieder. Jetzt sollte sich dein Computer mit der neuen MAC-Adresse verbinden. Teste jetzt, ob du dein Internet schon nutzen kannst. Wenn ja, dann viel Spaß. Über ein Like und ein Abo würde ich mich freuen. Noch ein kleiner Hinweis. Auch wenn du jetzt wieder in das Internet kommst, dein PC sendet den Computernamen an den Router. Deshalb ist es sehr auffällig, wenn jemand die Verbindungen überprüft. Idealerweise nimmst du den Namen eines Gerätes im Netzwerk an, das immer Internetzugriff hat. Dadurch bist du dann weniger auffällig. Suche in Windows einfach nach PC-Namen. Dort kannst du dann den Namen von deinem PC ändern. Wie du die Namen der anderen Geräte im Netzwerk herausfinden kannst, dazu gleich mehr. Vorher zeige ich dir, was du machen kannst, wenn das Internet jetzt noch nicht geht. Oder der Adapter keine Verbindung mehr herstellt. Dann lösche die eingetragene MAC-Adresse und starte den Adapter nochmal neu. In diesem Fall sperrt der Router unbekannte MAC-Adressen. Das bedeutet wiederum, dass eine Whitelist angelegt wurde. In diesem Fall nimmst du mit dem Computer die Identität eines anderen Gerätes an. Dazu brauchst du die IP-Adresse und die MAC-Adresse von einem Gerät mit uneingeschränktem Internetzugang. Manchmal ist das der Fernseher oder ein anderer Computer in der Wohnung. Wichtig dabei ist, wenn das Gerät WLAN nutzt, dann musst du mit deinem Computer auch WLAN nutzen. Oder beide Geräte sind mit einem Kabel an das Netzwerk angeschlossen. Wenn es bei dir so ein Gerät gibt, dann lass uns jetzt die IP- und MAC-Adresse von dem Gerät herausfinden, um danach dessen Identität und Rechte für dein Computer zu nutzen. Die einfachste Möglichkeit ist, wenn du Zugriff auf das Gerät bekommst. Zum Beispiel das Menü vom Fernseher oder Smartphone. Dann kannst du dort nach den Adressen suchen. Bei einem anderen Computer oder Notebook findest du die Adressen wieder im Netzwerkstatus. Wenn du nicht auf das Gerät zugreifen kannst, weil es durch ein Kennwort gesperrt ist, dann gibt es auch eine Möglichkeit. Drücke dazu die Windows-Taste und R gleichzeitig. Gebe dann CMD ein und drücke Enter. Gebe jetzt folgenden Befehl ein. ARP-A und drücke Enter. Hier siehst du jetzt die Adressen von jedem Gerät, das mit dem gleichen Netzwerk verbunden ist wie du. Als nächstes ist es wichtig, dass das Gerät mit dem unbeschränkten Internetzugang eingeschaltet wird. Als Beispiel schalte ich jetzt einfach mal kurz mein Notebook ein und warte bis das Notebook gestartet ist. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Wenn du nun noch einmal den Befehl ab-a eingibst, dann sollte hier ein neues Gerät gelistet werden. Wenn es schon eingeschaltet war, dann steht es bereits in der Liste. Du kannst natürlich auch warten, bis jemand das Gerät nutzt. Bei mir sehen wir jetzt sogar zwei Geräte mehr, da jemand im Netzwerk gerade sein Smartphone benutzt. So, was davon ist jetzt wichtig? Hinter Schnittstelle steht immer deine aktuelle IP-Adresse. Wichtig für uns sind jetzt nur die Adressen vom Typ Dynamisch. Außer die IP-Adresse vom Router bzw. Gateway. Diese brauchen wir erstmal nicht. Diese kennen wir ja auch schon aus dem Netzwerkstatus. Um den Namen des Gerätes herauszufinden, gebe jetzt folgenden Befehl ein. Ping, Leerzeichen, minus A und die IP-Adresse des hinzugekommenen Gerätes. Bei mir ist das 192.168.0.12. Bestätige die Eingabe mit Enter. Jetzt findest du hier den Gerätenamen. Bei mir steht jetzt hier PC mit Internet. Das habe ich natürlich für dieses Video extra so benannt. Bei dir steht irgendein anderer Name. Bei Smartphones häufig der Hersteller und bei manchen PCs der Anmeldename oder einfach nur Desktop. Sobald du dir sicher bist, dass du das Gerät mit der unbeschränkten Internetverbindung gefunden hast, dann kannst du deinem PC den gleichen Namen geben, um unauffällig zu bleiben. Öffne dann wieder den Netzwerkstatus, die Adapteroption und die Eigenschaften von deinem Netzwerkadapter. Wähle jetzt IPv4, dann die Eigenschaften. Trage hier die IP-Adresse von dem Gerät mit unbeschränkter Internetverbindung ein. Danach die Subnetzmaske und den Standard-Gateway. Diese Adressen hatten wir am Anfang unter Status und Details herausgefunden. Als DNS-Server kannst du den von Cloudflare eintragen. Das ist die 11111. Oder den von Google, das ist die 8888. Danach klicke auf OK. Schließe dann die Eigenschaften und öffne sie erneut. Wähle dann Konfigurieren Erweitert. Suche dann wieder nach Network-Adress oder Lokale Adresse verwalten. Trage jetzt die MAC-Adresse ohne Bindestriche ein und bestätige mit OK. Jetzt sollte es auch bei dir gehen. Noch eine Anmerkung. Versuche die Identität von dem anderen Gerät möglichst nicht zur selben Zeit zu nutzen. Denn doppelte Adressen im Netzwerk erzeugen Adresskonflikte. Das kann die Verbindung der betroffenen Geräte stören oder zumindest verschlechtern. Das war es soweit. Ich sage dann schau. Weitere Videos gibt es auf meinem Kanal. Bis dahin. Ge 녹ul&